Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute nochmal, wie die letzten Videos, schon ein weiteres Video über Geek-Tool. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man so eine iTunes-Anzeige hier machen kann, dass einem der Track angezeigt wird, der Interpret, das Album und die Bewertung und wie man diese Sachen teilen kann, für jedes sozusagen eigenes Geek-Lad erstellen kann, dass man damit sich andere Designs erarbeiten kann. Das funktioniert relativ einfach, es sieht kompliziert aus, aber man muss es sich einmal angucken und eigentlich kann man das relativ einfach verstehen. Ich gehe jetzt erstmal in das Geek-Lad hier rein, da seht ihr hier im Command, das ist kein Command, wie man das schon von Uhrzeit oder so kennt, weil es immer noch relativ einfach ist. Da muss man einfach nur das Command reinpasten und dann hat man das, sondern hier steht ein Verweis auf ein Skript drin, auf ein Apple-Skript, um genauer zu sein. Das ist das Skript, was hier bei mir auf dem Desktop liegt. Das gibt sozusagen diese Information, die ihr hier drin seht, aus. Das gucken wir uns jetzt mal an, das Apple-Skript. Und wenn ihr es das erste Mal seht, es sieht reichlich kompliziert aus, ist es aber überhaupt nicht eigentlich. Ihr seht hier viele Befehle und alles mögliche. Und für die von euch, die Apple-Skript noch nie gesehen haben und noch wirklich keine Ahnung davon haben, habe ich das mal ein bisschen vereinfacht. Und zwar für euch habe ich das, es gibt es auch zum Download, den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr das haben möchtet. Und ich habe das nach Funktionen einmal farbig gekennzeichnet. Für die, die schon ein bisschen Ahnung von Apple-Skript haben, ist das komplett unnütz. Aber für euch, die ihr interessiert, wie ihr diese Sachen unterteilen könnt, weil das zeige ich jetzt nicht für jedes genau im Video. Aber jedes verschiedenfarbige Element oder jedes farbige Element ist eine Funktion. Funktionen, ihr seht hier zum Beispiel die Funktionen, um anzuzeigen, ob der Track abspielt oder angehalten ist. Sowas ist hier halt gekennzeichnet in den verschiedenen Farben. Und wenn ihr die, da könnt ihr variieren, was ihr drin haben wollt, ihr könnt rausnehmen, was ihr wollt, theoretisch. Und ja, die Farben sollen euch so ein bisschen dabei helfen, um so selber herauszufinden, was ihr davon wegschmeißen könnt, um eine bestimmte Funktion zu behalten. Mir hat das, ehrlich gesagt, relativ geholfen, sich das so mal ein bisschen anzumakern, was wozu gehört. Deswegen habe ich gedacht, dann gebe ich euch das mal, damit ihr das ausprobieren könnt, wenn ihr Bock dazu habt. Eine wichtige Sache aber natürlich, wenn ihr das so macht, müsst ihr hier unten auch Sachen verändern. In dem Fall halt nicht vorhandene Sachen löschen. Ja, weil, ja, es kann halt kein, ja, nichts da sein, wo nichts drüber steht im Skript. Aber für die, die schon mal AppleScript gesehen haben, wird das relativ einfach und logisch aussehen. Die brauchen das nicht. Aber, wie gesagt, ihr findet das hier und das Skript ohne Anmarkerung, wenn ihr es direkt so übernehmen wollt, in dem Download-Link. Nicht wundern, das ist ein Dropbox-Link, eine offene Dropbox, und da könnt ihr das dann runterladen. Ja, da findet ihr dann halt auch dieses Skript. Ja, um dieses AppleScript dann in Geek-Tool sozusagen zur Anwendung zu bringen, müsst ihr einen Command hier eingeben, der auf das AppleScript verweist. Das ist in dem Fall dieser Command. Der sieht in dem Fall bei mir so aus, weil das AppleScript auf dem Desktop liegt. Ihr könnt aber hier nach der Tilde, die den User angibt, direkt euren Dateifad eingeben, von dem Ort, wo ihr das Skript hingespeichert habt. Diesen Befehl findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, natürlich mit Platzhaltern. Aber ihr müsst dann halt euren Dateifader einsetzen und dann sollte das auch funktionieren. Ihr müsst natürlich daran denken, dass wenn ihr zum Beispiel in den Dokumente-Ordner das Skript reinpackt, dass ihr dann nicht Dokumente schreibt, sondern den englischen Begriff dafür, Documents. Denn im System ist es nicht auf Deutsch, also sind diese Ordner nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Das heißt, es funktioniert sonst nicht. Oder zumindest glaube ich, dass es sonst nicht funktioniert. Also denkt dran, dann die englischen Begriffe dafür zu verwenden. Das trifft ja auch nicht für alle zu, denn manche sind ja auch einfach gleich. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt und dann euren Pfad angegeben habt, ich schreibe mal wieder Desktop rein, so, dann müsst ihr das speichern. Und wichtig ist in dem Fall, dass ihr die Refresh-Time, also die Neulade-Zeit sozusagen, höher als 0 setzt. Denn bei 0 lädt es überhaupt nicht nach und das wäre für eine iTunes-Anzeige reichlich blöd. Ihr müsst gucken, wer zwischen 1 und 10 Sekunden irgendwas in dem Dreh, wie ihr wollt, natürlich, dass ihr öfter nachfragt, das ist natürlich auch CPU-Lastung, aber nicht wirklich extrem in dem Fall. Das macht also relativ wenig aus. Aber auf jeden Fall dran denken, die Refresh-Time hochzusetzen. Dann könnt ihr natürlich hier das auch noch alles konfigurieren mit euren, ja, Präferenzen, wie ihr wollt. Ja, das ist grundsätzlich erstmal alles, wie gesagt, die Download-Links für beide Dokumente, einmal das angemarkerte, mit dem in die Funktion unterteilten Befehlen und das Apple-Script direkt schon fertig als Skript, findet ihr in dem Download-Link in der Dropbox und den Command, wie gesagt, schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung, da müsst ihr dann halt euren Dateifahrt einsetzen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder irgendwas nicht funktioniert, ihr könnt es ja einmal in die Kommentare schreiben. Ich versuche das dann so gut wie möglich zu beantworten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.